Bevor es losgeht mit dem Video, eine kurze Ankündigung von meinem Partner Gamers Only. Limitless Summer Strawberry Lime ist wieder im Restock. Das Ganze gibt es in Performance Drinks, aber auch in Vitamindrinks. Ich trinke immer sehr, sehr gerne Performance Drinks für einen besseren Fokus und mehr Energie am Tag. Gerade durch den ganzen Grinds. Falls ihr sagt, ey, würde ich mir gerne mal anschauen, schaut gerne in die Videobeschreibung. Da ist ein Link. Falls ihr euch was gönnen möchtet, gerne den Code CUBA20 benutzen. Da kriegt ihr nochmal 20% on top. Das Ganze Zero Sugar in fertigen Drinks und natürlich Made in Germany. Und bis dahin würde ich sagen, jetzt viel Spaß mit dem Video. How to win, how to rain. Hola, hola, hola. Wir sind wieder zurück. Back to the grind. Ich habe es so vermisst zu zocken. Und euch habe ich auch ein bisschen. Ein bisschen, nur ein bisschen. Ich fühle mich gerade, als ob ich zum allerersten Mal streamen würde. Ich komme gar nicht zurecht. Und 80 kmh auf der Autobahn. Ich fahre schnell. Oh, Hyping. Das Problem ist jetzt von meiner Mom. Meine Mama hat seit längerem nur so einen Macker. Meine Eltern haben sich ja getrennt. Und der Sohn ist gerade hier von dem Macker. Kommt aus Polen, ne? Und ich habe ihn hier alles eingerichtet, damit er jetzt zocken kann. Damit er keinen langweilert. Er ist halt auch voll der Gamer. Und ich bereue es gerade, Chat, sage ich euch. Ich bereue es gerade völlig. Was soll ich jetzt sagen, Chat? Soll ich da hochgehen und Welle machen? Was soll ich machen? Warte, ich sage ihm mal Bescheid, Chat. Ich sage jetzt in einem normalen Ton, Chat. In einem normalen Ton. Ich gehe zu ihm hin. Sagst du, ey, hier, hör mal zu. Du kannst es vielleicht ausmachen und so. Ich bin gerade am Arbeiten. Ich bin gerade am Arbeiten. Warte, mach das Ding auf! Es leckt! Er war so süß gerade. Ich habe gesagt, er hat er fightet. Ah, gut, King ist auch wieder geil. Chef, Robel, Chef, Robel. Wo bist du? Besmuted, Chef. Nice, schöner Kill. 3, 3, 3, 2 Side, 1 kill. 2G, 1 left side, right side. Nun nicht. Defuse, defuse. Hold my hands. One enemy remaining. Last player standing. Oh, yeah, yeah, yeah. Nice kill. Come on. Wow, I'm back! War das gut? Hä, warum hab ich geschrien? Oh mein Gott. Das war ein richtiger Billow-Playing. Das war voll normal gerade alles. Warum freue ich mich? Hallo? Good peek. Wait, there's a guy on A side, guys. Spike down A. One A, guys. One guy A long, one in one A. One enemy. I'm sorry, another long. Ah, beautiful. Nice. Intelli geht auch wieder. Super. Sorry, I have to drop him. That's my do-mate. Chef Robles, Omer's my do-mate. And he's one of the best. You know him? Oh, I love that guy. He's really good. Do you remember, we played on Swift, we played on Split like a week ago. A week ago. Then he went to the Shemong to my beer. Every night steak and nice champagne, wine. Oh, you guys are so cute. Thank you. One, three long, one three long. My bad, sorry. Last player standing. Everywhere dicks. Määääää. Up long, one round. Here. Woah! Ich wurde gesmoked! One in this graffiti. Tigger. Er hat mich halt verarscht. Er hat irgendwelche komischen TikTok-Yudo-Plays rausgegangen. Keine Ahnung, ist voll krank. Wir müssen wirklich gewinnen. Pathetic. Yes, you can't just see. This moment. Ah, schade. Game is even noch kaputt, Chad. Leider Gottes. True, Spiel blind. Der war doch blind? Nein, Chad. Er war nicht blind. Das ist kaputt. Das ist ein Visual Bug. Wenn ich eine Flash hochwerfe, er die Flash kaputt schießt, zeigt das trotzdem an, als ob der Gegner blind ist. Aber ist er nicht. Er ist nicht mehr blind. Tipper rein. Stealing safe. Und direkt Ace, Mann. Ganz einfach. Er war nicht weg. War ein gutes Ace? Ja, war schon reingeschippt, würde ich sagen. Er war nicht weg, Chad. Kommt was bei dir? Ich bin in Zeit. Oh, oh, oh. They spread it all, and they're running up. Oh. Digga, er kommt mal mit dem Judge rein, der ekelhafte. Behind you. Jetknives ist so eine verfickte Null, und ich schwöre es dir, jeder Huck und so mit Jetknives kann, hat fünf Freekills, in diesem Vax Game. Boah, Digga, hat er uns geraucht, Junge. Aber er kommt auch mit seiner Judge rein. Digga, das ist so lächerlich, Bruder. Ich schwöre, ich habe zwei Freekills, und er schwebt über eine Box und gibt mir eine Eins einfach, weil er einfach schweben kann. Meine Maus, Chad. Hier. Hier, das hier raus, den Deckel raus, für weniger Gewicht. Ich habe hier ein paar Grip-Tapes dran gemacht, die meistens schon abgefallen, weil es zu verschwitzt war. Beide, also wirklich fully blind, fully booked out. Ja, die Maus ist sehr verschämt. Da ist mein Bomben geboten. Ich habe eine Starte, ich habe eine Starte. Nice, Killjoy. Beautiful round, let's go, guys. Komm, bin ich braun geworden, Chad? Merkt man irgendwas? Was anderes bei mir? Ich kann walk-up-see. Ich kann man double-dose. Und deine Mutter habe ich nicht. Ja, Backside. Au, 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 Hau Backside, Hau Backside. One enemy remaining. Relo. Nice, wichtig. Dicker Chef ist schon wieder so Tilt. Das ist so krass, ich höre das gar nicht, ne? Ich ziehe das nur im Chat. Ich blende das immer aus. So oft wie er flamed, mittlerweile geht es hier rein, da raus. Nice, Disco hier. Ach man. He's close on you. Okay, John. Schöte Bruder, wie schlecht, man. Der wird nicht zaubern können. Ja, good timing. Schönes Timing da gecatcht. Geil, 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 geil. Kann man gebannt werden, obwohl man nichts gemacht hat. Ja, aber kann passieren. Aber im meisten Fällen hat man auch was getan. Das sind wir uns einig. Da wurde entweder was benutzt oder irgendwo mal reingechattet. Das Ding ist krass, mir schreiben so viele Leute, weil ich gut bin mit Rides so. Und die schreiben mir halt, ey Kuba, kannst du mich entbannen und so was. Die haben teilweise irgendwie beleidigt und danach schreiben die mich an. Ey, du hast doch Connection und so, mach mal klar, dass ich wieder entbannt werde. Ich kann euch da nicht rausholen, ich hätte. Und auch wenn. Oh, on top. You're not. Nice, good job. Sehr gut. Ja, als ob der Lab mir gehört, als ob der Right against mir gehört. Rainer, kannst du mich kaufen? Äh, ja, sicher, sicher, sicher. Sag, Daddy. Daddy. Ist das nicht du, Bro? Oh, ja, okay. Appreciate that, man. Oh, no worries. Das ist mein Duo. Take a one for the team. Kuba, ich gehe vielleicht doch nicht auf die Gamescom, ne? What? Glaubst du? Ja, kein Bock zu gehen, wenn ich nichts habe dort. Ich dachte, du hast da was einen Tag. Hm, du hast abgesagt. Nein, aber einen Tag gehst du safe hin, oder? Mal schauen, wir spielen dann am Wochenende auf Fußball. Ich hätte eigentlich dann mehr Bock, sich einfach zu kicken mit den Jungs. Also wirklich, ich bin übel mad auf der Management. Oh, nee. Da musst du doch was finden. Wo gibt da nichts, ne? Wo der Saug hat man platziert werden kann, hier. Bei irgendeinem Placement. Ich will halt, wie gesagt, Samstag, Sonntag. Komm, man muss sich da was machen. Freitag gehe ich da auch privat einfach dann hin. Wir haben halt Samstags das Spiel, deswegen vielleicht komme ich Freitags, oder ich komme Samstags nach dem Spiel an. Freitags, gehen wir die Psycheose. Okay, ich gehe jetzt. Ich gehe jetzt auf das. Ich gehe, ich gehe. Ich gehe jetzt. 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 Einmal stehling. Komm, lass den Handen, lass den Handen. Handen, Handen. Er flasht. Er flasht. Sorry, ja, ich bin kein Spiel. Das ist gut, das ist gut. Schoet ihn, schoet ihn, schoet ihn, schoet ihn. Schoet ihn. I'm crazy in my head. 2B, 2B, 2B. Hey, it's free. Oh my God, that party gerade mit. Hey, chat. Are you with one enemy? I'll ask you if you want to play long. But why, bro? Because it wears a 2v2 and they have Kudder. It's free. We have to lose. Nein. Das ist die Runde, bruder. Wenn er mich da einfach hält, haben wir die Runde, Kuba. Ich weiß doch. Match point. Do it. Das muss man, das muss, der muss, der muss reden. Dann müsst ihr einfach nur reden. Es ist wieder das gleiche, du denkst er bleibt Zeit und er denkt er geht lang wegen Kitcher-Ultie. Mann! Ich will nicht mehr! Nein! Chef Strobel hat nur noch ein Game zusammen. Strobel.